Ja, hier ist der Domi und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mit unserem kleinen Mario mal auf eine romantische Kreuzfahrt auf der Titanic. Jihah! Aha. Okay. Ne. Da geht's bestimmt noch in die Röhre. Blabababababab. Nein, 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 nein. Bling, nein. Titanic! Puh, knapp. So, hinein. Schwimm. Uh. Ich hätte jetzt noch gern das My Heart Will Go On als UAH drunter gelegt, aber dann hätte ich Probleme mit dem Copyright bekommen, dann wäre mein YouTube-Video nicht in Deutschland verfügbar, was ziemlich ironisch wäre. Iiii, lasst mich in Ruhe. Ips. Safe. Ja. Na, 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 na. Ach, ist das Scheiß. Schwimm. Ah, scheiße. Aber einerseits bin ich froh, dass ich das Lied nicht untergelegt habe, aber ich glaube, sonst würde ich durchdrehen. Oh, lass mich in Ruhe! Sorry, falls ich heute nicht so viel rede, aber ich bin noch ein bisschen angeschlagen von einer Geburtstagsfeier, die die Tage war. Und das war... oh mein Gott. Das ist unbeschreiblich, sag ich mal. Na toll. Ja, stacheln, wie hübsch. Ich seh da grad meine Zeit, rennt davon und mein Leben auch. Mein Leben, ich weiß. Ah, haut ab. Verschwindet. Weg, 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 hab keine Zeit. Ips, das war knapp. Hau ab. Uh, das war knapp. Muhahaha. Ich hätte gelacht, wenn es da nicht reinginge. Es geht immer noch weiter. Torpedo, Tett. Genau. Hau ab, hau ab, hau ab. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Sag mal, wo ist das Ziel? Verschwind. Weg. Weg! Weg! Oh, nein. Zufall. Sag mal, wie weit geht das denn noch? Oh, das ist witzig. Und ihr schießt... Ich hab doch nicht mehr lange zu leben. Ich würde scheinen, wenn ich hier ein Peacewitch brauchen würde. Ja, komm, Münzen. Schön. Gut, Schatzkammel von der Titane gefunden. Juhu. Barbie und Ken. Na. Das will ich noch lesen. Na gut, dann nicht. Na gut, ich... Ich bezeichne dieses Level jetzt einfach mal als beendet und gespielt. Das Ziel ist ja gleich am Anfang. Das wollte ich nicht. Ähm, übel. Barbie und Ken hab ich nicht gefunden. Oder wie immer die auf der Titanic nochmal hießen. Ich hab's vergessen. So, was haben wir denn hier? Wendys Schloss. Wui, wui, ah, wui. Oh Gott. Ich seh Fische fliegen. Und irgendwie auch nicht schrecklich ist. So, Flamedragon. Okay. Oh Gott. Na, ich hätt's mir nicht denken können. Bin ich froh, wenn dieses scheiß Wasserzeug weg ist. Schwimm. Hopp, weg, weg, weg. Ich brauch Schlaf. Aber ich will nicht schlafen. Schlaf ist nur ein Symptom des Koffeinentzugs. Dieses Wasser langweilt mich. Wenn es Kaffee wäre, wäre es was ganz anderes. Ah, ah. Das war jetzt etwas zu weit. Hau ab. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verpisst euch. Ich weiß nicht, wohin ich schwimme. Ha, Noob. Was haben wir denn hier? Einen Pilz. Und was haben wir hier? Ich wollte schon an einen Freudenschrei ausstoßen, dass das Wasser weg ist, aber zufrieden gefreut. Beefs. Uah. Dich hab ich gar nicht gesehen gerade. Kettenhund. Uh. Verschwind. Iiii. Hm. Schauen wir mal, ob das eine weise Entscheidung ist. Ja. Iiii. Ha. Das war Skill. Das war dumm. Na komm her. Wupf, wupf. Lasst mich hinein. Hallzeit. Natürlich komm ich hier nicht rein. Dadan, dadan. Grüß dich. Uh. Wie spektakulär. Und wie dumm von mir. Ich geh mal drin. Oh. Ey. Ey. Ja, komm her. Donk. Ah, lass mich doch nur zu meiner scheiß Feder. Danke. Nein, 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 nein. Das kann ich angehen. Safe. Ja, wum, 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 wum. Und das war blöde. Nein, war es nicht. Haha. Ja, Spuck. Safe. Du erinnerst mich irgendwie als Secret of Mana. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Spuck. Lass mich in Ruhe. Donk. Das zählt noch als Wasser. Ich wollte schon auf F5 drücken zum Speichern. Ich bin Deus Ex geschädigt. Nix. Nix. Arschloch. So lasse er mich in Ruhe. Ey, du. Oh, Lech. Oh, oh. Lass das. Ich lass das. Ey, ich drieg gleich durch. Ja, ja. Komm. Lass deine Aggros woanders raus. Hier mal ein Safe. Ah. Ja, ja, komm schon. Achso, nein. Lass. Lass das Verderben rutschen. Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Ich brauche... Ich sollte schlafen. Lass das Verderben rutschen. Ja, ja, komm. Braver Vogel. Stummer Vogel. Haa. Ja, ha, ha, ha. Ach Gott. So. Was haben wir denn hier? Pink. Ach, irgendwie ahne. Ich glaube, es schrecklich ist, dass das gleich wieder Wasser angeht. Und äh. Was zum Teufel... Was zum Teufel... Ich will das, glaube ich, gar nicht wissen. Wupp. Pilz. Da! Da! Das ist ja cool. Hihi. Das finde ich wiederum witzig. Bowser-Statuen von Super Mario Bros. 3. Arschloch. Penner. Wichser. Wump. 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 Tschüss. Hä? 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 Wump. Wump.